Diese Tatsache ist 99% der Bevölkerung nicht bekannt. Ich übertreibe nicht. Es gibt viele Möglichkeiten, Blutgefäße und Arterien schnell, natürlich und auf praktische Weise zu reinigen. Diese Methoden werden Sie weder im Radio noch im Fernsehen hören oder sehen und nur sehr wenige Ärzte sind bereit, darüber zu sprechen. Bevor ich fortfahre, möchte ich Sie wissen lassen, dass ich weder Sensationslust schüre, noch die Wahrheit leugnen will, wenn ich sage, dass die Pharmaindustrie die Kranken gefährdet. Es wird Ihnen leichter fallen, ein Leben voller Vitalität, Energie und ohne Krankheiten zu führen, wenn Sie das Konzept früher begreifen. Diese großen Pharmakonzerne haben viele millionenschwere Investoren, die große Summen in diese Unternehmen investieren. Was wollen Sie dafür? Profit. Ich möchte Ihnen nun eine Frage stellen. Ich möchte, dass Sie darüber nachdenken. Ist es für ein Unternehmen wichtiger, ein Problem ein für alle Mal zu lösen und sich dann vom Kunden zu verabschieden? Oder ist es besser, wenn der Kunde seine Produkte Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahre lang und sogar bis zu seinem Tod kauft? Für die Kenner unter Ihnen genügt ein halbes Wort. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie Ihr Herz stärken und es mit reichhaltigen Nährstoffen versorgen können, und zwar ab heute, unabhängig davon, wo Sie sich befinden. Sie werden mindestens zehn weitere Jahre leben. Die Kombination dieser Tipps und des am Ende des Videos vorgestellten Rezepts wird Ihnen helfen, Ihr Immunsystem zu stärken, Ihre Arterien und Gefäße zu reinigen und Ihre Herz-Kreislauf-Gesundheit zu fördern. Sie müssen das Video jetzt nur noch mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Klicken Sie auf die Schaltfläche Teilen, um dieses Video an alle in WhatsApp zu senden, während ich spreche. Sie können jetzt das Wort Herz in den Kommentaren hinterlassen, wenn Sie es ernst meinen mit der Verbesserung Ihrer Gesundheit. Fangen wir an. Pflanzenöle sind der erste Bösewicht, den wir beseitigen werden. Es lohnt sich nicht, dieses Video mit Tipps zur Verbesserung Ihrer Herz-Kreislauf-Gesundheit zu beginnen, bevor wir uns einem der gefährlichsten Bösewichte für unser Herz widmen. Pflanzenöle Vor der Einführung dieser Öle gab es praktisch keine Herzinfarkte auf der Welt. Es ist offensichtlich, dass Lebensstil und Ernährung zu dieser Zeit gesünder waren. Diese Rate stieg nach der Einführung von Pflanzenöl in die Ernährung sprunghaft an. Im Jahr 1980 stieg die Herzinfarktrate um 60%. Pflanzenöle wie Maisöl, Sojaöl und Rapsöl haben sich als schädlich für die Herz-Kreislauf-Gesundheit erwiesen. Diese Öle sind reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die zwar oft als gesund vermarktet werden, aber Entzündungen und oxidativen Stress im Körper verursachen können. Diese Öle werden mit einem Anstieg der Lipide niedriger Dichte, LDL, oder des schlechten Cholesterins in Verbindung gebracht. Dies erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Rapsöl ist einer ihrer schlimmsten Feinde. Raps ist keine Pflanze. Raps ist eine Kombination aus den Wörtern Canadian und Ola, was für Rapsöl mit niedrigem Säuregehalt steht. Dies impliziert, dass Raps ein hochverarbeitetes Produkt ist. Es wird in der Regel aus Rapssorten hergestellt, die genetisch verändert wurden, um den Gehalt an Erucasäuren zu reduzieren, die in großen Mengen toxisch sind. Rapsöl wird mit einer erhöhten Entzündungs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungsrate in Verbindung gebracht. Es ist jedoch noch nicht alles verloren. Sie sollten wissen, dass Sie Pflanzenöle durch gesunde Alternativen ersetzen können und trotzdem Ihre Herzgesundheit fördern. Kokosöl ist eine gute Option, da es reich an mittelkettigen Fetten ist, die entzündungshemmend sind und antioxidative Eigenschaften haben. Schmalz, das oft verunglimpft wird, ist eine gesunde Fettquelle, die zum Kochen verwendet werden kann, ohne dass sich toxische Verbindungen bilden. Butter und insbesondere Ghee bieten ernährungsphysiologische Vorteile und sind reich an Vitaminen. Natives Olivenöl Extra gilt allgemein als eines der besten Öle für die kardiovaskuläre Gesundheit. Olivenöl ist reich an einfach ungesättigten Fettsäuren und Antioxidantien, die nachweislich das Herz schützen und Entzündungen hemmen. Sie können Ihre kardiovaskuläre Gesundheit verbessern, indem Sie Pflanzenöl durch diese gesunden Alternativen ersetzen. Bevor Sie sich mit den Möglichkeiten befassen, wie Pflanzenöle Ihr Leben verändern können, ist es wichtig, Sie aus Ihrer Ernährung zu streichen. Die schlimmsten Fehler können Ihr Herz töten. Es ist wichtig, Sie vor den gefährlichsten Fehlern zu warnen, die Ihr Herz töten können. Es ist wichtig zu verstehen, dass sich nichts ändert, selbst wenn wir die besten Tipps und Rezepte anwenden, Sie aber Ihre schlechten Gewohnheiten beibehalten. Achten Sie auf die oben aufgeführten Gewohnheiten und wenn Sie sich in einer davon wiedererkennen, ist es an der Zeit, Ihre Entscheidungen zu überdenken. Übermäßiger Zuckerkonsum Zucker ist eine der Hauptursachen für gesundheitliche Probleme. Eine im Journal of the American Heart Association veröffentlichte Studie ergab, dass übermäßiger Zuckerkonsum mit einem erhöhten Risiko für Herzerkrankungen verbunden ist. Forscher fanden heraus, dass diejenigen, die mehr als 25% ihrer täglichen Kalorien in Form von Zucker zu sich nahmen, einem höheren Risiko für Herzerkrankungen ausgesetzt waren. Bewegungsmangel Ein Mangel an körperlicher Aktivität kann sich ebenfalls negativ auf die Herzgesundheit auswirken. Laut der American Heart Association kann eine 30-minütige moderate Aktivität an 5 Tagen in der Woche das Risiko von Herzerkrankungen senken. Bewegungsmangel kann zu Fettleibigkeit, Diabetes und Bluthochdruck führen. All dies sind Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Übermäßiger Verzehr von Transfetten Transfette sind in verarbeiteten und frittierten Lebensmitteln enthalten. Laut einer im New England Journal of Medicine veröffentlichten Studie erhöhen Transfette das Risiko eines Herzinfarkts, indem sie das LDL-Cholesterin, schlechtes Cholesterin, erhöhen und das HDL-Cholesterin, gutes Cholesterin, senken. Missbrauch von Energydrinks Energydrinks liegen bei Jugendlichen im Trend. Eine Studie der Harvard Medical School hat ergeben, dass diese Getränke mit Herzproblemen wie Herzrhythmusstörungen und Bluthochdruck in Verbindung gebracht werden. Hohe Konzentrationen von Zucker und Koffein können ernsthafte Herzprobleme verursachen. Diese Getränke führen bei jungen Menschen zu Herzproblemen in einem früheren Alter. Dies ist alarmierend und verdient Aufmerksamkeit. Chronischer Stress Anhaltender Stress kann sich negativ auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Eine im Journal of the American College of Cardiology veröffentlichte Studie ergab, dass chronischer Stress zu Bluthochdruck und Herzerkrankungen führen kann. Stressbewältigungstechniken wie Entspannung und Achtsamkeit können sich positiv auf die Gesundheit ihres Herzens auswirken. Rauchen Rauchen ist ein bedeutender Risikofaktor für Herzerkrankungen. Die Weltgesundheitsorganisation gibt an, dass Rauchen das Risiko, eine Herzerkrankung zu entwickeln, um bis zu 2000% erhöhen kann. Rauchen schädigt die Arterien, verringert die Durchblutung und erhöht das Risiko für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Da Sie nun über diese schlechten Gewohnheiten Bescheid wissen, ist es wichtig, dass Sie jetzt etwas ändern. Sie können ein gesünderes und längeres Leben führen, indem Sie diese schlechten Gewohnheiten aufgeben und sich bessere aneignen. Die beste Methode ist es, Herzproblemen vorzubeugen. Ihr Herz wird es Ihnen danken. Die besten Lebensmittel zur Stärkung des Herzens und zur Reinigung der Blutgefäße. Kommen wir gleich zur Sache. Welche Lebensmittel sind am besten für ein gesundes Herz? Die Ernährung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu erhalten. Die folgende Liste enthält die besten Lebensmittel, die Sie in Ihre Ernährung aufnehmen sollten. Sie enthält auch Ihre Vorteile, die empfohlene Verzehrmenge und die besten Zubereitungsarten. Avocado Avocados sind reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, die das schlechte LDL-Cholesterin senken und gleichzeitig das gute HDL-Cholesterin erhöhen. Laut einer im Journal of the American Heart Association veröffentlichten Studie kann der Verzehr von Avocados das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Es wird empfohlen, täglich eine Avocado zu verzehren. Am besten schmecken sie in Salaten und Smoothies. Lachs Lachs ist eine gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren, die entzündungshemmend wirken und das Risiko von Schlaganfällen und Herzrhythmusstörungen senken können. Laut einer in Zirkulation veröffentlichten Studie haben Menschen, die zweimal im Monat fetten Fisch wie Lachs essen, ein geringeres Risiko für Herzerkrankungen. Es wird empfohlen, 150 Gramm Lachs pro Woche zu verzehren. Am besten schmeckt Lachs gegrillt oder gebraten. Walnüsse Walnüsse enthalten viele Antioxidantien und Omega-3-Fettsäuren. Eine im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlichte Studie ergab, dass der Verzehr von Walnüssen mit einer bis zu 21%igen Reduzierung des Risikos für Herzerkrankungen verbunden ist. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge beträgt 30 Gramm. Walnüsse können als Snack gegessen oder Joghurt oder Salaten hinzugefügt werden. Hafer Hafer enthält lösliche Ballaststoffe, die zur Senkung des Cholesterinspiegels beitragen. Hafer ist dafür bekannt, die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern, wie eine in Nutrients veröffentlichte Studie ergab. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge beträgt 40-80 Gramm, die als Haferflocken zubereitet oder in Smoothies gemixt werden können. Rote Früchte Früchte wie Erdbeeren, Blaubeeren und Himbeeren enthalten Phytonährstoffe und Antioxidantien. Laut einer im Journal of the American Heart Association veröffentlichten Studie kann der regelmäßige Verzehr roter Früchte den Blutdruck senken und die Herz-Kreislauf-Gesundheit verbessern. Nehmen Sie täglich 150 Gramm rote Früchte zu sich. Sie können roh als Bestandteil von Smoothies oder Desserts verzehrt werden. Natives Olivenöl Extra Natives Olivenöl Extra ist eine gute Quelle für Antioxidantien und gesunde Fette. Eine Ernährung mit hohem Olivenölanteil senkt nachweislich das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie eine im New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie zeigt. Es wird empfohlen, täglich zwei Esslöffel Olivenöl zu sich zu nehmen. Es kann für Salate, Sausen oder zum Kochen bei niedrigen Temperaturen verwendet werden. Spinat Spinat enthält Antioxidantien, Vitamine und Mineralstoffe, die die Herz-Kreislauf-Gesundheit verbessern. Laut einer in Nutrients veröffentlichten Studie kann der regelmäßige Verzehr von grünem Blattgemüse wie Spinat das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken. Nehmen Sie täglich etwa eine Tasse gekochten Spinat oder zwei Tassen rohen Spinat zu sich. Am besten geben Sie ihnen Smoothies, Salate oder braten ihn an.